mit spannender musik und dramatisch geht es weiter in let's play metro das leid mit mir der hänger holen und dragon 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 demon so meine maske wieder rumzockt wenn man ihn trifft komm jetzt machen wir ein bisschen spannen hier warte mal kurz stopp ich brauch die hier ich würde mal bewegen wenn ich du wär ja von wegen add me nein er ist tot man sieht den kopf leider nicht was ein bisschen schon wieder regnet es gibt es doch nicht erst wieder sonnenschein dann wieder regnen dann wieder sonnenschein na du what the fuck ähm ich würde mich mal irgendwo unterstellen nicht die maske abnehmen was soll ich da dran wischen so so mein riecher ich ich glaube ich tausche mal die maske aus die hat weniger risse ein bisschen sicherer ne so so was gibt es denn hier feines na man muss es ja gedrückt halten Oh mein christ wo haben die wo haben die 2nd floor Die Ender ist in der nächsten Körner, wir müssen jetzt gehen! Nö, wir müssen nicht, wir müssen hier noch ein bisschen weiter schnetzeln! Was war das? Was ist das? Was ist das? Alter, ich dachte schon! Oh, hi! Aus! Maul! Da geht's nicht lang! Da! So, runter, 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 runter! So, jetzt ein bisschen Midrange! Hier das Weg, hier das Weg! Sehr schön! WTF! Was ist denn hier? Oh ja! Heilen! WTF! Mama! Was ist das denn gemacht? Oh ja! Oh ja, jetzt gehst du mit dem Barbecue, Leute! Ich hab dich auch lieb! Unsere短e Besuch in Moskau, der Phantom des Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich helfen uns wiederholen, und wir zurückkommen zur Metro als realen Partner. Du kannst die Wastelands nicht mehr so weitergehen. Aber jetzt liegt eine Städte, der Theater. Es ist sehr nahe mit Polis. Wenn Pavel mich durch die Red-Line-Guard-Poste lebt, werde ich in weniger als eine Stunde sein. Warte! Dark One! Ja, gehen wir schon. Reach the Red-Line. Pavel sagt, er kann die Polizei, wenn wir seine Freunde treffen. Ist das deine Freunde, Pavel? Waffe! Sind sie bekloppt oder was? Danke! Was ist denn los? Oh geil, so eine Lore-Hub, auch im ersten Teil! Oh weee! Na, hast du was zu sagen? Der Boss ist jetzt busy. Warte hier, bitte! Ach du eine Hackfresse, ey. Der Kopf ist größer als dein ganzer Körper. Die Station neben diesem ist die Revolution-Square. Einer von uns. Riff! Eine Revolution-Square zu Polis. Also, ich, als ein guter Kommunist, welcher ich bin, will vouchen für dich. Ich werde dich überlassen lassen. Und du wirst nach Hause in keinem Zeitpunkt. Was denkst du? Aber bist du derjenige, der uns gerade erzählt hat? Ja, wir sind. Great! Komm in, Ned! Ey, wenn du wüsstest, wie viele Nasen sie schon gekmessert habt, du. So, mein Spartan-Friend, schau dich um. Es gibt vieles, was hier zu sehen. Ja. Ich spreche mit meinen Leuten und finde dich. Oh mein Gott. Einen guten Rest! Danke, Ihr Comrade! Ich lasse mich durch nichts ablenken. Was ist das? Okay. Sehr schön hier. Wir hängen immerhin keine Menschen von der Decke. Besser! Auf jeden Fall. Wodka, Wodka! Und da liegt er sich hin zu den Schweinen. Geht's nicht weiter? Nein. War auch nicht. Ja. Ja. Besser für die letzte dieatrische Kritik. Besser für die Verstattung auf deine Seine. Ja, hier mal eine. So, junge Leute. Ich sehe, du magst meinen schmerzenem Bein. Es gibt ein Ort für alle in diesem Untergrund. Mörderer, Hörer, Tyrerer, Geldänder, Geldänder, sogar Orte. Alle sind hier willkommen. Auch die leute Akteure. Ich lebe im Theater, wo wir die Miao-Modifikationen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ball. Diese Station ist überpopuliert mit den Schmerzen der Operen. Aber ist es hier ein Ort für die beste Kritik von einem ganz tollen Land? Hell, nein. Ich sage die Wahrheit. Und ich bin mit schmerzen und schmerzen? Ich sage, du weibst des Gräts, zu dem Namen von Bolshoi. Und sie sagen, jetzt Bolshoi ist uns und uns allein. Nein. Sie sind immun zu Kritik. Sie wählen Geld über Kunst. Und diese verdammten Schmerzen, die von all den Metro-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen-Ballen. True Art ist 20 Jahre weg. Was bleibt, ist Prefin Trash. Hat er recht, dass 20 Jahre keine Kunst ist, das ist wirklich... Noch eins? Wie viele Bullets habe ich denn überhaupt? 174, ja dann? Ich bin ein echter Mann. Mann! Der hat recht, nach 20 Jahren... Kommt sowas dabei raus. Nein, nach 20 Jahren... Nur so ein Terror hier, da geht natürlich Kunst auch verloren. Wie kann man auch bitte... Man kann keine Kunst ausüben, bei solchen Zeiten. Na? Hey! Wodka! Wir kennen hier nur Wodka. Hey! 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 Hey du da, sag dir mal, ich will einen Trink haben. Nachher. Wir machen Werbung. Also das Licht ausmachen. Ne Gitarre! Und die anspielen dann. Dann... Dann... Kommt doch dieses komische... Oh! Da kommt! Da kommt! Spiel doch mal mehr so ein bisschen... Gitarren Solo! Oh! Schade! So did you repelled at... Whatever... You're on? Sorry! No! Katja! Sorry! Why? What happened? Er wird nicht kommen! Er wird nicht kommen! Was? Schwein! Ich versuchte ihn zu retten. Aber es war zu kurz. Nein! Schieb ihn nicht dahin du Penner! Ich trau dem nicht, er kann auch lieben. Hat sich aber echt angehört. Er wird nicht kommen! Jetzt kommt er schon wieder! Der wird kommen! Aber nicht dein... Dein... Er war das eigentlich... Keine Ahnung! Wow! Wow! Das ist ein Dämon! So schrecklich! Ein wirkliches Ding! Ein Dämon! Schau, er flippt seine Wände! Hier! Es ist ein Tanki! Nein! Der Vater sagt, er flippt seine Wände wie so, wenn er ausfällt. Und mein Vater hat viele Dämonen gesehen. Wir sind richtig, Uncle Misha. Das ist ein Dämon? Well... Es ist... Alright. Lass es ein Dämon sein. Aber... Es sind Vögel wie so. Vögel? Sind sie wie Dämonen? Nein! Die wissen nicht was Vögel sind? Oh mein Gott! Einige waren groß, aber kleiner als Dämonen. Vögel nicht attacken. Sie werden dich in der Früh mit ihren Sohlen gewöhnen. Jetzt! Was ist das hier? Könnt ihr es sein, Alice? Der Kopf ist zu groß, aber... Ein Einhorn! Eindeutig! Ach, ein Elefant soll das sein! Kein Einhorn! Guck mal! Die machen hier Werbung für die Bücher! Cool! Advertisement! Und... Geh mal weiter hier! Mhhh... Der Schwarzmarkt! Ähm... Ammo! So... Da haben wir... Da haben wir... Ähm... Wie viel kostet da? Sechs Kosten... Sechs Kosten... Ein bisschen! Sooo... Da haben wir... 200 Zwerpas! So... Und Secondary... Messer haben wir genug, da haben wir genug, der haben wir genug! Perfekt! Waffen vielleicht! Das ist nicht! Customize... Sell! Customize! Habe ich da gerade was gekauft? Nein! Oh mein Gott! Ich kann da noch so ein Ding dran bauen! Geil! Schalt den fahren wir schon! Was ist das denn? Silencer haben wir schon drauf! Was ist das? Extended Barrel Dieses Accuracy At Medium At No Okay... Ich brauche eine leise Waffe! Hier kann noch so ein... So ein... So ein... So ein... So ein... So ein... So ein Schulterstück! Die würde ich gerne mal verk... Ne das hätte ich hier gemacht! Die Schrotflinkel! Da kann ich noch... So 35 so ein Optik anmachen! Okay das da ist... Close Range Das da ist Mid Range Und das da ist eigentlich auch Mid Range Ich brauche mal was für Long Range Was gibt es denn sonst noch? Trade In! Was haben wir denn hier? Die mag ich nicht! Die mag ich auch nicht! Die liebe ich! Die liebe ich! Okay dann verkaufen wir die hier! Für 21! Und kaufen uns... Die hier! Für 85 grad noch so! Jetzt können wir halt nix mehr Kastischermassen Aber dafür haben wir eine neue Waffe! Sehr schön! Was haben wir hier? Klamotten! Was haben wir hier? Pins! 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 Aha! Crystal Meth! Du kannst nix mehr trinken! Du kannst nix mehr trinken! Das ist ein Theater! Alles geht! Aber hey! So! Oh! Evidence! Jetzt kommen wir eine geile Lesestunde mit Hänger! Ahem! Bolshoi! Note 1! Pevel needs some time to set everything up! The citizens of the other stations need a permit to enter the red line! The state in permanent preparation for war readily sees a spy in any outsider! Also mich! So I have some time to look around the theater! This station is real legend of the Metro! Not unlike Polis! The difference being that while Polis gathered most of the surviving scientists, the theater is considered to be the cultural capital of the Metro! Ja! Ach so, wir gehen ohne das Theater machen! Komm hier rein! Ich hör schöne Musik! Boah, so, das hört sich an wie in einem alten, ähm, im wilden Westen, ne? Hallo! Ja! Ich hab auch ne neue Waffe für uns zwei! Wittig! Hey, du! Stop! Show me your tickets! Show me your Titties! Äh, Tickets! Wir wollen ein bisschen Kultur erleben! Wo ist denn Stanislavski? Du kannst die Show sehen, wenn du möchtest! Ich warte auf die Dressen! Hier muss doch irgendwas rumliegen! Hier komm ich nicht durch! Hier auch nicht! Hier auch nicht! Ich hab hier noch gar nicht genau umgeschaut, hier genau! Oh! Da gibt's nix! Hier gibt's nix! Hier gibt's nix! Da gibt's nur Waffen zu kaufen, da die Munition! Ups! Sorry! Aber... Bullets sind hier nicht so viele versteckt! Oder? Hier? Hier vielleicht? Und der Leiter durch! Bring Glück! Äh, um! Mein Pilot ist ein Stalker! Hier gib mir einen dieser Stalker! Nein! Da war's auf dem Tisch! Nein! Nein! Hier war's auf dem Tisch! Da war's auf dem Tisch! Tschüss! Also es sind wesentlich weniger... Weniger... Bullets... Sprich Kugeln hier versteckt, als im ersten Teil! Und... Ja, man findet's halt dann... Eher... Draußen, wo mehr Gefahren auf einen dauern! Man muss sich da halt dann umschauen! So! Aber was da drin im Theater auf uns wartet? Das seht ihr leider erst in der nächsten Folge! Wenn es wieder heißt... Let's Play... Metro! Last Light! Mit mir, dem Hängerboy! Und nächste Folge gibt's dann ein bisschen Kultur! Tschau! Nachmittag! 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 Schlauch! Mit mir auf, wenn viele Menschen sind! Nachmittag! Da sind nicht nur Leute! Tschau! Na! Das ist ja! Untertitelung des ZDF, 2020